Die mündliche Abiturprüfung in Mathe und meine Top 3 Tipps hierzu. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und heute mit dem Fach Mathe in der mündlichen Abiturprüfung steht jetzt bei einigen von euch an und dementsprechend meine besten 3 Tipps dazu. Und der allererste davon ist gleich der folgende und zwar übe wirklich das Vorrechnen und das Erklären. Denn das ist diese absolut krasseste Sache, die meiner Meinung nach auch für viele die mündliche Abiturprüfung in Mathe so schwer macht. Und zwar, dass wir es eigentlich nicht gewohnt sind. Wir sind es in Mathe nicht gewohnt vorne zu stehen und was zu erklären. Vielleicht hatten wir das Glück, dass wir Lehrer hatten, die das im Unterricht eingebaut haben. Aber sind wir mal ehrlich, die meisten von uns haben dann eigentlich immer gehofft, dass sie nicht vorne dran kommen. Und dann ist das vielleicht auch nur 2-3 Mal passiert. Und dementsprechend fehlt uns da einfach die Übung. Weil in aller Regel haben wir in Mathe eigentlich nur immer still für uns dargesetzt. Entweder daheim oder im Unterricht oder in der Klausur und haben einfach nur für uns gerechnet. Wir mussten nie jemandem erzählen, was wir da machen. Wir mussten es niemandem erklären. Hauptsache wir haben es irgendwie verstanden oder zumindest richtig hingeschrieben. Sei es ausländisch gelernt oder vom Nachbar abgeschrieben. Und das war es eigentlich immer. Und jetzt kommt auf einmal die mündliche Abiturprüfung in Mathe. Es geht um super viel. Und jetzt musst du aber vielleicht vorrechnen. Du musst erklären all solche Sachen. Und bitte, weil ich das immer wieder lebe, bitte wartet damit nicht, bis es dann in der Prüfung soweit ist, sondern übt es auch schon in der Vorbereitung. Erklärt es euren Eltern, erklärt es euch selbst, wie auch immer. Ihr solltet meiner Meinung nach, ganz ehrlich, wenn ihr euch auf die mündliche Abiturprüfung in Mathe vorbereitet, durchgängig reden. Das heißt, auch wenn ihr eine Aufgabe, um die Thematik erstmal zu verstehen, nur selbst durchrechnet oder selbst durchlest oder selbst die Thematik erstmal erarbeitet, redet immer dabei. Denkt lau, sprecht einfach aus, was ihr euch gerade überlegt und wie ihr euch das Ganze aneignet. Weil das ist genau das, wie du es ja dann in der mündlichen Abiturprüfung in Mathe eben auch machen sollst, damit der Lehrer auch überhaupt checkt, was du dir da gerade dabei denkst. Zweitens, Verfahren komplett automatisieren. Ich sage immer, das absolute Ziel, wenn man sich auf, egal welche Klausur oder Prüfung oder Test oder was auch immer, in Mathe vorbereiten möchte, ist, dass man die ganzen Verfahren, die ganzen mathematischen Formeln so drin hat, dass man quasi nur den Fall oder die Aufgabe sieht und die Hand schreibt schon automatisch das Richtige hin, weil man einfach so viele Aufgaben durchgerechnet hat, dass man gar nicht mehr groß drüber nachdenken muss. Und das ist für die Schriftliche schon extrem wichtig. Nur hast du in der Schriftlichen meistens die Möglichkeit, nochmal drüber nachzudenken und zu denken, wie war das genau. Aber im Mündlichen merkt der Lehrer sofort, wenn du drüber nachdenken musst. Und du bist zusätzlich aufgeregter. Und je aufgeregter wir sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Informationen, die Prozesse auch, die doch nicht so 100% safe in unserem Giener abgespeichert sind, dass die auch schnell wieder verloren gehen oder wir sie nicht sicher abrufen können. Deswegen, gerade für die mündliche Abiturprüfung in Mathe, rechnet, was das Zeug hält. Habt das wirklich drin. Versteht die Formel und habt dann eben auch gleich dieses automatisierte Durchschreiben, weil das ist das Allerwichtigste. Es kommt nichts Besseres, gerade wenn ihr auf 13, 14, 15 Punkte kommen wollt. Dass der Lehrer eine Aufgabe euch gebt, ihr die Ahnung sagt, bam, okay, ich weiß, was ich da machen muss. Zack, zack, zack. Und wenn ihr dann noch geübt habt, das Ganze auch zu erklären, dann ist es natürlich Bombe. Und deswegen, wie eben auch schon ein bisschen vorweggenommen, der dritte Punkt, verstehen. Ihr müsst die Formeln verstehen. Ich weiß, dass man manche Dinge in der Oberstufe Mathe sogar auswendig lernen kann. Das teilweise gar nicht so, da werden mich vielleicht manche hassen, aber in manchen Gebieten das gar nicht so herausfordert, dass man es wirklich bis zum letzten Detail verstehen muss. Hauptsache, ich schreibe die Formel richtig hin und kann dann die Werte einsetzen, dann kriege ich schon mal den Großteil der Punkte. In der Münch-Abitur-Prüfung ist das zwar gewissermaßen auch so, zum großen Teil aber auch einfach nicht. Das heißt, da ist es einfach super wichtig, dass ihr die Formeln wirklich versteht. Weil es werden Rückfragen kommen, ihr werdet das Ganze nochmal ausführlicher erklären müssen. Und da wird sich einfach zeigen, ob du einfach nur denkst, der Buchstabe gehörte halt in. Oder dass du halt sagen kannst, ja, der Buchstabe steht für den und den Wert. Und dementsprechend muss man das so und so rechnen, weil wir wollen ja auf das kommen und das berechnet man so und so. So, deswegen versucht es wirklich zu verstehen, setzt euch nicht daheim hin, sobald ihr anfangt, irgendeine Formel auszunehmen zu lernen. Seid euch bewusst, ihr seid, zumindest wenn ihr höhere Punkte wollt, auf dem falschen Dampfer. Und versucht es wirklich zu verstehen. Macht die Vorbereitung meiner Meinung nach auch einfach ein bisschen spannender, anstatt so, ja, einfach so langweilig immer nur alles vor sich hin zu wiederholen. Und wenn ihr es mal verstanden habt, dann wird es euch auch eben nie wieder entfallen. Zumindest nicht bis zur mündlichen Abiturprüfung. Bei der wünsche ich euch ganz viel Erfolg und deswegen denkt dran, ich glaub an dich. Wir beisehren uns im nächsten Video. Dein Leo.